Hallo Leute, da bin ich wieder zurück. Ich habe mich dafür entschieden, doch lieber ein Glas Tee zu trinken und wartet mal. Das ist Himbeere-Limonentee von Teekanne. Ich weiß es gar nicht. So, habe ich mir gerade mal neu eingeschöpft und habe so ein großes Glas getrunken und dann kann ich noch ein bisschen Zeit gewinnen. So, wir haben ein Rühnchen. Warum leuchtet denn das noch so? Einfach, weil dort was gewesen ist. Gut. Ähm, lasst uns mal... Haben wir irgendwas Langes in der Zwischenzeit? Oder müssen wir das hier wegsäuren? Ne, hätte ja sein können. Dass wir das auch dafür brauchen. Ein Wimmelbild. Meine Nase juckt und ich habe eigentlich gedrückt. Gut. Ach, ranrücken an das gute Stückchen. Denn wir brauchen eine Erbsenschote, die ich hier schon mal gesehen habe. Ich erinnere mich, dass ich die schon gesehen habe, würde ich denken. Hier vorne ist sie. Ein Eispickel. Aber die Medaille sehe ich. Ich habe wieder gedacht, Eispickel... Ist das ein Eispickel? Ne, ne? Ne. Ein Eispickel ist doch so mit so einem langen... ...Nadelstiel-Ding irgendwas. Der geht bestimmt uff. Wenn ich nur Schlüssel finde, genau. Was haben wir denn noch? Holz-Eidechse. Eidechse habe ich hier. Ein Kreuz. Kompass-Schraube. So, Kompass habe ich auch noch nicht gesehen. Hier irgendwas. Was ist das hier eigentlich? Hier ist der Kompass. Windmühle. Mal hier auf dem Bild. Nudelholz wird hier drin sein, wahrscheinlich. Korkenzieher. Ja, mal ein Schlüssel übrigens. Danke. Zahnbürste hat sie. Top. Das ist ein Top. Naja, das ist ein Top. Halbmond, warte, der war hier irgendwo genau. Den habe ich das letzte Mal gut gesehen. Ähm, Kreuz-Pfeil ist hier oben. Korkenzieher eine Hand. Ist die einfach random? Oder mal hier oder wie? Ne? Handschuhe. Oder ist das so ein Handabdruck wieder irgendwo? Oh, der ist riesig. Ähm, Hand, Eis, Pickel und Kreuz. Ist hier irgendwas drin wieder? Ne? Ein Kreuz. Hilf mir mal mit irgendeinem davon. Ach, das meinen sie mit Kreuz, okay. Brauchen wir noch eine Hand? Und ein Eis-Pückel. Ein Hammer? Meine Nase juckt schon wieder. Was ist hier? Auch nicht. Was gehört zur Ölkann? Das ist eine Lampe. Hier auf dem Futterberat ist auch nichts. Im Koffer nicht. Hier ist eine Hand. Zeige ich mir auch nochmal, wo der Eis-Pickel ist. Ach Gottchen. Hätte ich bestimmt noch lange gebraucht. Ein Topf. Aber wenn der nun ein Loch hat. Ähm. Ich hab grad überlegt, ob wir die Flaschen dort irgendwie hinmachen müssen. Oh, das Geld. Das Geld könnte natürlich auch sein. Noch im Wimmelbild. Wollen wir es aber wissen jetzt hier? Eiffelturm. Das weiß ich, dass der hier oben ist. Ähm. Halbmond. Halbmond. Dosenöffner. Flicken. Zahnradflasche. Bastschuhe. Brennholz. Weihnachtskugel. Patrone. Chili-Schote. Und eine Puppe. Hände. Builder-Ram. Okay. Eine Flasche. Hm. Spinnenwähm entfernen. Das hier? Nee. Ich hab jetzt gedacht, dass das so besenmäßig ist. Ein Besenwesen. Vielleicht mit einem Lappen. Oder mit einem Schwamm wieder. Nee. Schwamm will nicht gewischt werden. Hm. Zahnrad haben wir hier. Ist kein Gewicht? Doch. Das ist ja ein Kettleball. Was ist denn das hier? Das ist die Patrone anscheinend. Okay. Eine Flasche. Wärmflasche. Aber, ah, hier unten. Weihnachtskugel. Müsst ihr nicht... Das hier? Okay. Ein Halbmond. Ja, hier oben bestimmt. Mhm. Und jetzt brauch ich immer noch was zum Jaube machen. Lappen. Staubwedel. Irgendwas. Oh, ja. Bewegt. Brennholz. Okay. Wir sollen offensichtlich schon wieder was kochen. Ich wollte in die Dingsbums. Hier in die. Hier. Hier in die. Nee, komm mit. Ah, okay. Die brauchten wir. Oh Gott, wo war denn das? Die mussten wir irgendwo einsetzen. Auf jeden Fall. Wo war denn der Kochkeller? Der war hier, ne? Äh, da? Nee, nee, nee. Aber hier könnte ich eventuell das... Das schon mal? Nee? Okay. Steine drunter legen? Auch nicht. Hm. Wo war denn der Zettel dazu? Hier? Nee. Am Tisch. Die Scheibe da rein und das Kochding. Aber da brauch ich ja sowas wie Eisen. Ah, hier kann ich das haben? Nee. Okay. Ich dachte, dann hätte ich schon mein Eisen. Ah, hier war es. Genau. Schon wieder Pipi, weil ich jetzt so viel getrunken habe, Leute. Ah. Geld. Da sind wir bei der Gier auch noch wahrscheinlich, ne? Kelch. Weiße Steine. Kelch, Kelch, Kelch. Hier. Ne, Jabel. Hm. Ah, ich hab gedacht, die wird einfach, aber okay. Ah, doch, hier ist sie doch. Ne? Wieder Nadel und Faden. Ein Seil. Ein Seil ist doch was Fettes. Hier. Tannenzapfen. Hm. Ein Mäusel drin. Hm. Schwan, schwarze Perle, Bürste, Schmetterling, Rose. Hm. Hier ist die Rose. Schmetterlinge haben wir hier. Eine Bürste. Die Maus kann man bestimmt mit dem Käse daraus locken. Hallo, Herr Mäuserich. Ein Schwan, der ist doch bestimmt irgendwo als Figur oder so. Das hier gibt es ganz langsam, Alter. Wenn ich irgendwo eine Zange habe oder so, beim nächsten Rätsel ist das hier bestimmt mit den Nägeln rausmachen und da und runter. Ist was? Hier sind die Hände wieder, die Kämmerdor. Hier ist auch die Bürste. Schwatze Perle. Hier sind Nadel und Fahnen. Tannenzapfen. Vielleicht ist der auch... Ah, hier ist der Schwan. Vielleicht ist der auch golden. Als Figur, wisst ihr? Ich muss kurz husten, Leute. Knochen. Wie ist hier? Parfüm ist doch bestimmt... Diese schicke Flasche hier, genau. Schwarze Perle, Engel und Tannenzapfen. Hm. Hilfe mir mal. Was? Okay. Eine Brille und ein Auge und ein Zepter. Ah, hier ist er versteckt. Bestimmt hätte es irgendeine Errungenschaft oder so gegeben, aber ich glaube, hier gibt es gar keine. Fällt mir gerade ein. Wenn man nicht die Hilfe beklickert. Gemälde von Gold. Selbst das Gesicht auf dem Bild rechts ist aus Gold. Hm, hm. Da überkam ich der Hust und ich musste schnell was trinken. Entschuldigung. Gucken wir weiter. Gier lebt in seinem Herzen und in seiner Seele. Der Gierige zählt jede Münze. In seinen Augen gibt es keinen Glanz. Dieser Träumer wird in den Ruin getrieben. Ja, ich will ja keine unfassbare. Der Dämon trägt die Maske von Pulzinella, einem bekannten Geizheizung Gauner. Okay. Ich möchte einfach nur so viel Geld um Sorgen frei zu sein. Sollte diese Goldbahnen lieber nicht berühren, sind wahrscheinlich verflucht. In dem Sinne, dass wir unser Dach machen können. Oh Gott. Ich muss... Hm. Ich muss pipi und muss trinken, damit ich nicht weiter huste. Das ist eine gefährliche Mischung. Ab 30. Menschen sind gestorben, weil sie versucht haben, sich Gold anzueigen, das ihnen nicht gehörte. Ich möchte diesen Fehler nicht begehen. Okay. Ich muss hier bestimmt irgendwas... Das ist die Kohle hier vielleicht. Boah, das war laut. So. Guck mal. Hm. Lecker, lecker. Das ist auch noch. Nee. Wollte ich nicht. Hm. Ist über Geld verstreut. Wo hat der die Goldmünzen her? Muss hier noch was daneben liegen? Ich muss den Beutel anstecken, um die Aufmerksamkeit des Dämonos zu erringen. Was anstecken? Anbrennen oder was? Ein normales Feuer wird nicht helfen. Ich brauche was Besonderes. Okay. Ähm, hier mit Öl und so? Naja. Es kann sein, dass ich es noch nicht habe. Lass uns mal hier runter. Äh, da hinten, genau. Machen wir mal das Töppel hier hin. Und das. Und das. Das sind ja immer nur Steine, ne? Okay. Hier die Säure. Gehen wir die auch los. Aber dann brauchen wir noch Eisen. Oder waren das weiße Steine? Nein. Das Glas selber war es auch nicht. Nee. Waren es Münzen? Nee, da kommen wir hier gerade noch nicht weiter, glaube ich. Was ist denn da? Ich hab das zum Angucken. Gut. Ich muss schon wieder husten, Leute. Hier brauchen wir einen Hebel. Was war da unten nochmal? Ach du, ja. Okay, Buch. Sag mir mal, wo ich hin soll. Ans Tor. Ein bisschen hab ich's vermutet, weil ich dachte, vielleicht die Steine, weiß und schwarz oder so, dort einsortieren. Oder das Geld. Oh, wartet hier. Oh, ich muss schon wieder husten, Leute. Entschuldigung. Schwarz und weiß. Klicke auf die Steine, bis die Waage ausbalanciert ist. Tipp, es sollten drei Steine auf jeder Seite sein. Okay. Rechts ist ein Stück schwerer. Zeig mir mal die Größen. Und hier auch. Fettig Stein und Fettig Stein. Der ist hier und dann machen wir den. Und dann du und du. Nee? Dann du? Juhu. Mich grinst hier schon eine Rune an. Und sie hat hier das hingemacht, okay. Dem Engel fehlt eine Rose. Besser als eine Rose. Was haben wir hier? May marry an Angel Marble. Ohne Frieden. Ihre armen Seelen sind in der Hand des Herrn. Keine Qual wird sie je berühren. Steht normalerweise eine Blumenvase auf dem Grab. Okay. Ein Schlüssel. Und der braucht eine... Was war hier? Ah ja. Der braucht eine Rose da oben, der Kollege. Okay, wir haben... Das ist doch eine Rune, ne? Ja, wir haben eine Rune. Da können wir noch einen neuen Gegenstand holen. Und... Äh... So. Und so. Und rein da. Und hier hin. So. Rennen damit! Silberfiguren. Muss ich die beiden dann schmelzen? Traurig, aber okay. Topf mit Silber. Ich darf keinen einzigen Tropfen Wein in der Flasche lassen. Ach so. Ich war jetzt dabei, dass er es saufen muss, aber der soll ja den Spiegel... Sorry. Ähm... Hier war das, ne? Okay, jetzt rein. Haben wir noch nicht. Das hier. Das da. Okay, dann haben wir einen Spiegel. Schön. Guck mal! Guck mal! Oh, das Hebelding. Für das, was ich als eiserne Jungfrau betrachte. Sehr cool, liebe Leute. Da sind wir noch ein ganzes Stück weiter gekommen. Und ich würde sagen, wir machen auch wieder eine Aufnahmepause, denn ich muss ganz, ganz dringend pipi. Also dann, bis übermorgen. Passt auf euch auf. Trinkt ordentlich, aber kein Wein. Oder wenn, dann nur wenig. Trinkt Wasser. Trinkt bitte Wasser. Oder Tee. Das ist auch in Ordnung. Ohne Zucker. Macht, was ihr wollt. Wir sehen uns übermorgen. Tschüss.